Ist genau! Oh shit, Alter! Komm, wir spielen T-T-T! Das tut meinen Gegnern weh! Wir spielen Trouble in Terrorist Town! Ich wünsch' euch ganz viel Spaß bei Matcha! Hip-Hop! Trafe unbesiegt! Oh, jetzt steht doch ne Lasagne! Ne Salagne! Metal, Leute! Die Hater können uns nicht unterkriegen! Die Hater! Ed Salah ist mein Schluss! Ed Salah! Komm, die Bullen! Wir müssen Trachendort eigentlich mal zum Video einladen! Gedrollt wird nicht! Den müssen wir mal einladen, sowas? Der hat sicher Bock mehr zu spielen! Der Hebel schiebt auf mich! Das erste Mal, wenn Psycho ihn gekillt hat, hat er gleich so Ja, ich hab keinen Bock mehr! Ich bin ein Übermann! Also Gerüchte im Roman ja, dass er angeblich schon gefragt wurde von anderen Leuten... Ja, fragen kann man schon, aber... Shit, shit, shit! Du sammelst deine Waffe auf... Ich wollte die, ich wollte die haben, jetzt komm ich da nicht hin! Jetzt bin ich tot! Hey, da hinten! Der, der zieht doch... Oh! Ähm, hier... Ähm... Nein, Psycho hat mich gekillt mit seiner... Ist das schon Mai? Oder ist immer noch Februar? Oh, halt doch! Ach ja, der TN sind die am Anfang gekillt! Ha! Ja! Das war lustig! Das war so ein... Ja! So, da... Boah! 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 Wie gut ich beziehe! Ich hab alles... Tschüss! Schau ihn dir nochmal an... Ne, doch mal an! Find ich sehr berechtigt! Der hat ne... 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 Okay, ich kann... Nein! Der liegt jetzt... Ja, warte! Ja, warte! Ja, warte! Ja, warte! Ich bin schon wieder Detektiv! Aua! Ich krieg Schaden! Pulli ist Traitor! Ich bin... Ich bin... E.T. Du hättest nichts rausholen sollen von den Traitern, als ich hinter dir stand! Das macht er öfters! Das macht er so? Du dachtest so... Dem zeig ich mal meinen Schwanz! E.T. ist... Was? Ja! Ich hab ne Leiche! Hey Zockerfreak, bist du Traitor? Hallo Mike! Ich bin kein Traitor! Ähm... Zockerfreak! Hat er mich geschossen! Hallo! Zockerfreak! Ähm... Also... Dann will ich jetzt nicht runterspringen! Ich geh davon aus, dass es Zockerfreak ist! Also... Wer ist jetzt was? Ich bin... Ja... Sag Zockerfreak ist Traitor! Hey! Oh nein Scheiße! Boah! Das wär ne Taube! Das war ein Albatross! Ne Albatross! Was? Ja! Oder Möwe! Was auch immer hier rum! Okay warte mal! Du... Warum hast du so oft nicht geschossen? Warum hast du den Detektiv erschossen? Zockerfreak! What the fuck! Okay... Also... Der Detektiv wurde von Maya erschossen! Oh! 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 Die schießen! Ah Lars! Das ist gut! Muss ja gar nichts machen! Wie die ganzen anderen Runden! Oh! Ja finde ich auch! Es ist immer gut! Es ist immer gut wenn die Routen gewinnen! Oh da ist Sven! Alles da! Nein! Alles da! Was? Oh shit alter! Sogarveik hat grad voll den Abgang gemacht! Der hat den Aufzug nicht ganz hinbekommen! Warte 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 warte! Ey du hast mich aber schon runter gehauen Lars man! Ich bin schon drauf gelandet! Poli! Nein! Du hattest so viele mögliche... Aber ich bin schon drauf gelandet! Aber ich bin dann irgendwie nochmal hoch geflogen! Wieso? Du hast noch mal zurückgelaufen und bist einfach ein bisschen was weiter abgetitscht sozusagen! Weiter geflogen! Vielleicht bist du auf deinen Kopf geflogen! Das ist auf jeden Fall witzig! Nein! Hallo! Nein! Nein! Ist doch gegen den Bildschirmschlagen so! soat im Bildschirm kaputt! So 3, 2 , 1 Nein warte Warte Stop! Halt Stop! Einen Energie geladenen Guten Tag hallo! So, jetzt kann ich das so machen. 3, 2, 1. Einen energiegeladenen guten Tag, liebe Freunde. Ihr habt wieder genau richtig eingestanden. Einer weiten... ...von Traveling Terrorist. Was war das? Mit dabei sind diese wunderbaren Leute hier. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Ich bin auch dabei. Psycho? Hallo, schönen guten Tag. Nö, bin kein wunderbarer Mensch. Ich bin kein wunderbarer Mensch. Hey, wer hat dich... Was ist Marvin? Ich bin's nicht. Oh Gott Gott. Hinter dir ist Feuer. Ich hab ihn, ich hab ihn. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich bin proben. Ja, 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 Anthony ist proben. Gut. Nein! Ach du bitte mir Feuer, ich bin da reingelaufen. Oh shit! Das ist voll die komische... Hey, ist eine lustige Wand. LOL! Ja, das ist so eine Wand. Man kann was durchwerfen, aber jetzt ist meine Waffe weg. Hä? Hä? Fußspun? Hä? Wer hat mich jetzt hier eingeschlagen? Hilfe. Ja. Richtig. Alter! Wenn sie mich hier fern... Okay. Warum hast du Steckdose getötet? Weil er mich davor auch getötet hat. Das ist eine Antwort. Das war schwach. Ja, Marvin. Schwaches Argument. Das ist so magic. Ich hab ihn gestackt! Ich hab ihn gestackt! Nein, Korn! Ich hab auch nie jemanden gestackt! Ich hab auch nie jemanden gestackt! Aha, okay. Och, Korn. Der erste, den ich gestackt hab und er war eh nur. Korn liegt hier hinten. Das sieht sehr ungesund aus. Slay my next round. Lü, lü, lü. Also den Grund, lü, 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 find ich nett, aber nein. So, das passt. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen. Eindrücken glauben. Eindrücken glauben, ja. Also du meinst dein Bauchgefühl? Ja, genau. Ne schlechte Idee. Ah, es ist ein Zockerfreak und mein Zockerfreak und Bauchgefühl. Komm, gibts mir. Na ja. Ich hab ein tolles Bauchgefühl. Bum, bum, bum. Dann würd ich mal sagen, es ist ein Zockerfreak. Was ist das? Oh! Ja, Zockerfreak. Der hat oben ein paar Hühnchen. Ein paar Hühnchen? Oh nein, Psycho ist hinter mir. Du kannst dich nicht töten. Keine Sorgen. Das ist der Inno. Hör euch was runter. Hör euch was runter. Oh, das ist ärgerlich. Alter. Alter, ein Schreibtisch voller Digi. Das war Psycho. Psycho, ich check irgendwie. Wow. Na, hier ist ein Loch im Boden. Na, kann er durch... Ja. Was macht dieser Pharaonenstuhl hier? Wenn du da mit DNA nimmst, dann zeigst du... Hey Psycho, kennst du den Pharaonenstuhl? Was macht der? Ne, kenn ich nicht. Setz dich mal drauf. Ja, blaues Licht, aber mehr passiert nicht. Die Map verwirrt mich, aber ist cool. Was ihr hier was machen? Ne, ich bin die ganze Zeit da. Da, da, da... Da 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 ist... Wie schön wär das denn, der Gartist is. Kann man hier raus? Ist das gefühlt jetzt straight oder nicht? Da da da... Hast du ihn grad corny genannt? Porny? Ja, hat... Hä? Ha, ist er noch mal da. Finde ich doof. Achso, Korn. Ja, corny. Passiert. Corny, was da los? Wird in der Schule auch immer genau von seinen Lernern? Ich will mal gucken, wo es hier hingehen muss. ja das ist aber komisch so warum 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 nicht ja ok was ist das warum lacht er ich weiß es nicht ich glaube auch wenn jetzt mal hier in die ecke gelegt die seizigkeit hat sich umgewandelt in die seizigkeit hat sich umgewandelt er kommt ja die ganze zeit hier unten hingerannt was ist das hier für eine scheiße die ganze zeit hier versucht hier Leute zu wo ist denn dieser Pharaonenstuhl? ja ich steh drauf du musst erst in den Teleporter gehen und dich dann in die andere Dimension teleporten dann kannst du ihn sehen welcher Teleporter meinst du das Portal? das ist ganz oben nein nein es gibt so einen Teleporter rum ganz oben er lacht eigentlich die ganze Zeit so wenn wir die ganze Stuhl hier Poli der Marvin ich weiß nur Marvin der Marvin und über seine Impotenz das lacht doch nicht mehr wer wie was das ist hoch ich will gar nicht mehr sterben ich habe er ja sag doch wer es ist wer mich frag bleibt du da war ich total vergutzt oh da kann man herunterschauen ein schönes Wort da ist ja ein Loch ja das ist ein Zapperlott hey durch das Loch bin ich ich fahr zu dem Raum oh wo oh wo so hier da ah ok versuchen wir mal es irgendwie zu aktivieren ja ich nehm mal die Waffe weg im film kann man damit die basis steuern also so eine waffe wo seid ihr vielleicht können das nur die traiter der detektiv vielleicht weil das blau ist könnte sein immer liebst du noch anscheinend nicht wer lebt hier noch außer zock auf dich und mir ich liebe ich bin da auch noch hallo du bist wirklich kein traiter psycho ne ne wir sind beide in ok das ist gut wo rückwärts gefährlich mal das kombo ich würde so nicht also ich liebe dich poli und nein das könnte dich noch treffen ja ja geplant alles geplant ist ja minimal 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 wenn du dich ja auch am arsch der wälder zockerfreak ist tot er war noch so jung das sofa hat mich abgefedert nein hast du einen plan ähm wenn nicht dann töde ich dich einfach nein also in der zeit in der ich tot war habe ich versucht den weg zu folgen den sie nach unten gekommen sind aber versucht nachzudenken ein bisschen zu hoch ach ja wir haben ja einen teleporter genommen irgendwo gibt es einen teleporter aber ich check nicht wo der ist es gibt mehrere ja es gibt ganz verschiedene orte es war so geil alter wie wie seid ihr denn da gekommen er sagt schon wieder er sagt schon wieder ja dann kill mich doch steckt also dann kill mich noch dann weit werft er noch seine waffe weg ich hab mich im hedgehog imperativ wieso werden wir zusammen gespawnt das spiel will uns nicht dran im psycho hey wo geht's auf wir sind gefangen nee oder das war gerade noch offen ah ok ok du darfst nicht dagegen laufen ja ok ja ich würde auch oh gott wow hat er sich gerade selbst in die luft gegangen ich bin Lars hat mich runtergeschlagen ich bin fast tot ich wurde runtergeschlagen Lars hat mich runtergeschlagen ich wurde runtergeschlagen du hast mich runtergeschlagen ja psychisch hat mich runtergeschlagen geh mal weg konny geh mal geh mal geh mal weg konny geh mal weg mann spaß hey hey nein zucker wie kann man meine erste banane decklos ist es nicht et ist es nicht dann Korn oder infini ok wenn ich sie seh Korn Korn ist es Lass es mich einmal runtergeschlagen weil ich ihn nochmal runterschlagen dann äh danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bei die Steckdose tschüss tschüss ey Steckdose was machst du denn ey Korn und ich wollte dich noch wirklich töten hör auf mich fern beim Anzuschießen und dann auf einmal lest sich da so sie wurden getötet von Korn war straight es war halt perfekt du warst du warst im Smoke keiner hat draufgeschaut und da ich hab das gesehen das war so geil will ich den den Steckdose umbringen den Steckdose den Steckdose den Steckdose den Steckdose ich wollte so fast krass den Steckdose tüchtern und dann stand das zu sie wurden getötet von die Steckdose ja er sagt so ja er sagt so ja ich bin kein Traitor also kill mich doch kill mich doch dann geb ich ihm Headshot und ich hab schon wieder gehört wie Poli irgendwie irgendwas rumgeworfen hat ne ich hab meine Kupferer einfach abgesetzt die Ecke gepfeffert hat oder so ich hab eine Kupferer abgesetzt und hab erstmal boah ich hätt das so gern wieder mit Facecam gesehen hey ich hab jetzt ich hab jetzt ein Spray für dich Steckdose das wird dir gefallen das wird dir gefallen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal